Was versteht man unter Bildschirm teilen? Wenn man in einem virtuellen Meeting ist oder eine Schulung abhält, dann ist es möglich, den eigenen Bildschirm, also das, was ich auf meinem eigenen Bildschirm sehe, auf die Teilnehmer zu übertragen. Das nennt man Bildschirm teilen. Oft fällt hier auch das andere Wort, das englische Wort Screensharing. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Bildschirm zu teilen. Einmal den kompletten Desktop zu teilen. Das benutze ich dann, wenn ich mehr als nur ein Programm im virtuellen Meeting benutzen möchte und ich zwischen den einzelnen Programmen relativ frei hin und her hüpfen will. Ich kann aber auch nur ein einzelnes Programm übertragen. Dann muss ich die Bildschirmübertragung immer wieder stoppen, wenn ich in ein anderes Programm hineinschüpfen möchte. Die meisten Klassenraumsysteme bieten diese Bildschirm teilen Funktion an und darauf sollten Sie auch achten, dass das virtuelle Klassenzimmer oder das virtuelle Meeting System das auch hat, damit Sie auch gemeinsam über Dokumente, Präsentationen sprechen können und diese gemeinsam im virtuellen Meeting bearbeiten können. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Applaus Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017